ARD Text im Auftrag des ZDF Ja, moin moin, MacGyver hier. Und hier ist Krathorff. Ein neues Ründchen steht an. Wir müssen leider mal ein bisschen tief durch haben, denn wir haben im Moment nur auf die Fresse gekriegt. Ja, allerdings. Also entschuldig's bitte, wenn wir ein bisschen aggro sind. Ich fahr mit meinem M6, der noch fast Bock ist, auf dem Weg zum T29. Ja, mach mal. Also in dem Tempo, wie du grad unterwegs bist, da dauert das auch noch. Ja, ich hab meinen Panzer IV. Ja. Hallo, Kollege! Meinst du nur, weil du einen T29 hast, oder was? Da geht's schon los. Also siehst du, wir sehen, MacGyver hat schon ein bisschen... Ja, das liegt aber nicht an mir. Das liegt eher an Wargaming und dem geilen Matchmaking vielleicht. Aber jetzt ist ja ziemlich ausgeglichen. Ja. Feindliche Panzer! Ja. Oh, siehst du, das geht ja schon. Ich fahr mal Richtung Flagge. Ich guck mich hier mal um. Oha. Oha, es geht schon wieder los. T29. T30. Schön. Wow, es steht 2-0. Hm. Ich hab aber noch so gut wie nichts dazu beigetragen. Ich auch nicht. Aber macht nichts. Ich bin ja heute schon früh bei einem Erfolgserlebnis. Ja, geil, der Cromwell. Ah, der Tiger hinten bei Banshee, ne? Komm, komm, komm. Ah, er ist natürlich klar. Ah, der M6, der hat auch so eine geile Gun, ey. Das wusste ich, dass der Tiger da hinten... ...mich aussucht. Ja, okay. Hä, sind die alle bei euch da, oder wie? Hm. Ja, drei sind schon weg. Der schrottige Schürtel. Wenn ich da jetzt nicht mal Schaden dran mache, ne? Dann... Ah, es gibt es nicht, ey. Dieser M6, der ist so... ...dreckig. Aber du wirst entlohnt. Mit einem geilen... Wow, 122. Ja, das ist ja auch das Einzige, was mich antreibt, bei diesem Punk. Ah, praller. Panzerung nicht durchschlagen. Panzerung nicht durchschlagen. Boah, ist das schlecht. Hm. Feindliche Panzer! Mann, ey. Ich habe gerade noch die Artie gesehen. Pass auf! Sie kommen! Da ist sie. Oh no. Wir brauchen größere Kaliber! Viel gedichtet! Größere Kaliber, ja. Soll ich Gold nehmen nehmen, oder? Ey, ich packe... Ich packe hier gleich auch Gold ein, ey. Ich treffe den... Basta! Ich sehe einen von ihm. Tss. Weiter schießen! Ich komme hier absolut nicht durch den Tiger durch. Ja, wir sehen die Bastarde. Hier nehme ich mir den Churchill so. Ja. Gegner aufgedeckt! Geht doch. Ja, ja, ja. Oh, unten knallt einer uns die... ... die... ... die... die Grillen weg. So alt ist. So alt ist. Ich meine jetzt... Geht doch. Worum geht's auf einmal? Wir haben Sichtkontakt zum Ziel! Du brauchst nur die Grillen, oder? Ich glaube ich hier gleich nur ein bisschen Unterstützung. Irgendwie hier hinten. Die dicken, fetten Panzer, da komm ich kann ich nix machen, ey. Mhm. Schrottding hier, ey. Ich komme mal hin. Wir lassen die Grille mal links liegen. Na du, dass der Tiger so unglaublich dämlich ist hier. Hm. 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 Es gibt's echt nicht, ey. Hm. 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 Ich bin nicht so schlecht der Panzer. Mann ey. Ja. Wir sind ja gleich da auch. Ja genau. Schön von hinten, das ist gut. Das ist gut. Ich bin nicht so schlecht. Ich bin nicht so schlecht. Ich bin nicht so schlecht. Es wird nicht so schlecht. Was ist denn mit dem Tiger hinter mir? Da habe ich mal Sorte gehabt, du. Wow, ich habe einen getroffen. Ich habe einen abgeschossen. Ich werde bekloppt. Ja, geil, Alter. Wie bescheuert habe ich mich gerade angestellt. Wie ihr erster Mensch, du. Echt mal. Ich habe ihn gemacht. Ja. Ich wollte eigentlich mal so ganz locker einen mitnehmen noch. Diesen T25, der da hinten noch rüber ist. Ja, habe ihn mir so ausgeguckt und ich dachte, ich kann mir Zeit lassen. Ich habe da gar nicht so viel Energie mehr gehabt. Dann hat er sich umgedreht, gedacht, egal. Den nehme ich doch auch mal mit, den scheiß Jagdpanzer da oben. Dann hat er mich weggerotzt, bevor ich ihn überhaupt anschießen konnte. Der hat noch volle Energie gehabt. Na ja. Gewonnen. Wie hat er das nicht geschafft, da unten? Unsere Artis wegzumachen. Ja, dieser Scout, der da unten in Gange war. Ne, scheint so, ne? Hat er sich die Zehen ausgebissen? Ach, no cap. Jetzt fangen sie wieder an. Jetzt wollen sie unbedingt die Grille noch haben. We will kill our heart. Ich will mich hier nicht mehr weg. So, ist jetzt spannend, jetzt denn. Ja, na. Ja gut, Jungs, da habt ihr ja mal gesehen. Wenigstens mal wieder ein Sieg von uns. Das war auch echt. Das ist auch viel besser für unsere Nerven. Ja, das geht gar nicht sonst, ey. Wenn du schon nach 2 Minuten 08 Handys. Was ist denn mit der Grille? Ah, da. Was ist denn das Problem jetzt da? Kriegen die dich weg? Kannst du das sehen? Ja, ja, ich bin gerade drauf. Jo, der hängt ja in so einer Gebirgsmulde. Und da erstmal hochzukommen ist gar nicht so einfach. Und wenn das dann einer schafft, dann dreht sich die Grille wahrscheinlich. Ja. Oh, schade, das war's. Ja, gut. Kannst du die nicht mehr töten. Schönes Ründchen. Naja, schön. Zumindest gewonnen. Gut, das ist das einzig Gute daran. Ja, dann. Bis.